Ja, nice. Ich habe zugeguckt. Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield, ja. Wir sind heute mal auf Operation Spint Rush. Mir kommt es irgendwie bekannt vor, dass ich in den letzten paar Maps nur noch Operation Spint hatte. Ähm, aber hey, scheiß auf. So, die Musik hat sich mittlerweile schon wieder wiederholt. So lange lädt das hier schon. Ah, endlich geht es weiter. Kommt, Jungs. Rushen. Wir müssen hier mal irgendwas... Bis zu mal was bringen. Mal abgesehen davon, dass ich hier kaum welche sehe. Oha. Welcher Spacken schießt hier auf mich? Oh Gott, 30 FPS. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich gerade nebenbei noch was, äh, rendere. Ich hoffe, es beruhigt sich gleich. Oh shit. Da ist ja direkt einer. Alter. Mit der Schrotze ist klar. So, komm jung. Alter, ist es gerade am ruckeln. Ich hoffe, das hält sich in Grenzen. Oh. Shit. Das war mein Kumpel. Ja, Mann. Habe ich meinen ersten Kill. Oh Gott, ich bin der Sunny. Stimmt. Ich muss ja Leute wiederbeleben. Oh Gott, die sind hier direkt hier vorne. Kommt, Jungs. Ja, Mann. Da habe ich ihn schon. Oha. Okay. Oh, sorry. Komm, 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 komm. Go, go, go. Das ist keine Übung. Fuck. Und Start zu bekommen. Ja. Nice. Ich habe zugeguckt. Leut. Ja, Mann. Ich habe mein ganzes Quad hier ausgelöscht. Oh Gott. Da falle ich die Treppe runter. Zwei gegen einen, das war so sozial. Ah ja, falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Und lasst doch gerne ein Abo da, falls euch das Format gefällt. Jetzt ganz easy. Easy. Easy, sagte ich. Oh Gott. Komm schon. Easy. Da kämpft er. Da habe ich ihn. Meinen Kollegen direkt mitgeheilt. Oh Gott. Oh Junge, der kommt aus dem... Gott. Oh. Welche Spaß. Sie hat mich jetzt weggeschrotzt. Oh Gott. Hilfe. Boah. Nein. Ich hätte ihn doch fast... Immer schön die Kanaten schmeißen. Vielleicht kann man ja... Nee. Okay. Ich treffe den nicht. Komm schon. Leute. Bloß nicht aufgeben. Wir schaffen das. Alter, wie ist hier gerade alles explodiert, ne? Sie hat gar nichts mehr. Alter, richtig heftig gerade hier. Mein Kollege. Ah fuck. 56. Der hat mir die Knitshot gedrückt. Komm schon. Wir schaffen das. Nein. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh fuck. Nein. Das letzte Ziel. Fuck. Das ist nur Scheiße. Ja, GG. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like nach oben da. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ja, gemeinsame hinten. Und wir sehen uns letztendproßen. Ja, das doctor tut ich. Und wir sehen uns richtig. Und wir schauen vielleicht wieder. Oder wie wie das denn es da sitzt. Bis zum nächsten Mal.